Hallo, ich bin jetzt Michaela Helfrich und hier mit meiner Michaela Helfrich-Galerie. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und willkommen in meiner neuen Galerie hier in Berlin-Charlottenburg in der Bleibtreu-Straße 3. Wir haben endlich eröffnet und Sie können uns jederzeit besuchen. Wir eröffnen hier mit einer Gruppenausstellung und haben die Ausstellung netterweise permanent Bleibtreu genannt, weil wir jetzt immer hierbleiben werden. Permanent Bleibtreu, Sie werden hier wunderbare Maler finden und ich freue mich, wenn Sie alle Kunstfreunde hier vorbeikommen. Vielen, vielen Dank, bis bald! 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 storage